In diesem Video zeige ich dir die Bildung der Zeitform des Perfekts mit Personalformen. Das Perfekt ist eine zweiteilige Zeitform, das einerseits gebildet wird aus dem Hilfsverb Sein oder Haben, jeweils angepasst an die Personalform. Und der zweite Teil ist das Partizip 2 oder das Mittelwort der Vergangenheit. Beginnen wir mit der Bildung. Erste Person Einzahl schweigen. Erste Person Einzahl ist Ich und die Lösung lautet Ich habe geschwiegen. Dann haben wir die zweite Person Mehrzahl mit Lesen. Das ist Ihr habt gelesen. Nächste Aufgabe, zweite Person Einzahl Essen. Du hast gegessen. Dann haben wir die dritte Person Einzahl Männlich, also Maskulin. Er ist gesprungen. Hier haben wir zum ersten Mal eine Bildung mit dem Hilfsverb Sein. Dann haben wir die dritte Person Einzahl Weiblich-Feminin. Sie ist gewesen, lautet die Bildung vom Verb Sein. Hier ist das Verb Sein sowohl Hilfsverb als auch Partizip 2. Nächste Aufgabe, dritte Person Einzahl Sächlich Neutral mit dem Verb Misslingen. Es ist misslungen. Dann haben wir zweite Person Mehrzahl Denken. Ihr habt gedacht. Dann erste Person Einzahl Haben. Ich habe gehabt. Gleiches wie beim Verb Sein. Hier ist haben sowohl das Hilfsverb als auch das Partizip 2, also das Vollverb. Dann noch die letzte Bildung mit Werden, dritte Person Mehrzahl Sie sind geworden. Das waren einige Bildungen von Personalform in der Zeitform des Perfekts, darunter auch einige schwere Formen.